Die Omnitrix verleiht Ben alle möglichen Wahnsinnskräfte. Und jetzt hat sie auch ein paar neue Alien-Überraschungen parat. Neue Aliens! Wie werden sie aussehen? Ist das ein neuer Alien? Oh ja! Und welche unglaublichen Kräfte werden sie haben? Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Findet es selbst heraus in den neuen Folgen von Ben 10. Montag bis Freitag um 19.50 Uhr. Nur bei Cartoon Network. Nur bei Cartoon Network. Nur bei Cartoon Network.